Ein Jahrhundert, ein ganzes Jahrhundert hemmungslosen Gähnens und Schnarchens. Es scheint, als wären die Helden der Lichtung der Träume einem geheimnisvollen Schlafzauber verfallen. Aber vielleicht brauchten sie auch nur eine Mütze Schlaf. Unterdessen vermehrten sich die Albträume. Sie breiteten sich aus und erschufen neue Dämonen. Graue Grafna, als jemals zuvor. Die Lichtung der Träume ist in Gefahr, mein Freund. Schnell, wecke unsere legendären Helden! Arbeitsze아아! Arbeit! 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 Wow! Hallo Leute, herzlich willkommen auf Sano Gaming und heute spielen wir mal ein neues Spiel, nämlich Razer Man. Ich habe es schon mal gespielt, tatsächlich auch schon mal aufgenommen, auch schon mal hochgeladen. Allerdings habe ich mir gedacht, komm, ich ballere es nochmal raus und ich will jetzt auch ein bisschen unspielen, wenn es dann auch geht. Weil, ja, ich hoffe es geht. So, ich habe auf jeden Fall hier so irgendeinen Frosch und, ja. So, einer nur frei. Könnte sein, dass es hier ein bisschen rumhängt, das liegt aber einfach an der Streaming-Qualität. Warte mal kurz. Okay, ich kann gar keine Eigenschaften machen. Ah, zu weit. Bam. Nein, ich bin immer noch ein bisschen krank, also, hört mir. Aber macht nichts. So, wie viele müssen wir denn jetzt noch sammeln? Oh, ich habe schon zwei irgendwie verloren. Okay. Mann, also, die Streaming-Qualität geht mir da wirklich ein bisschen auf dir. Oh, ich bin Äh, wo soll ich denn jetzt hier hin? Achso, ich muss ihn platt machen. Ah. Warte mal, ist hier hinten was? Nö. Okay. Äh, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Kann ich jetzt bitte hier reingehen und spiele? Danke. Der lässt mich hundertmal hier nicht rein. Okay, jetzt müssen wir hier. So. Da ist irgendwas. Moin. Da bin ich wohl reingefallen. Ja, der ist dann runtergefallen, würde ich sagen. Nein. Oh. Achso, man kann nicht schwimmen. Warte. So. So. Ok, dann muss ich schon... Zu schnell! rein in das ich habe nur noch zwei was ist das jetzt hier für ein level hallo was war jetzt los ich habe jetzt alle Okay, komm, ein Musikboxen. Bam. Boah, der hätte mich gerade einfach gerettet. Boah, der war zu langsam. Blöder Spieler. Was ist denn jetzt schon wieder mit der Qualität los, Alter? Boah, das ist spitteschlimm, da bin ich dankbar. Boah, der war zu langsam. Boah, der war zu langsam. okay einzugehen wir gehen rein jetzt alle geschafft da bin ich jetzt mal gespannt wie viel ich kriege eigentlich kann ich alle kriegen wir fehlen jetzt ganz wenig ja man das ist doch egal weiter geht 700 gibt es insgesamt alles klar das ist das nächste level oder hallo Mann! Jetzt! Oha! Okay, hier ist nichts. Okay, Leute, ich würde aber auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Schaut euch auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktividee Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum am Tag. Haut rein, Leute, euer Salo. Ciao, ciao.